Wir könnten ab dem 1.8. dort einziehen. Okay. Was sagst du? Ganz schön schnell, oder? Was meinst du im Moment? Ich glaube, ich kann jetzt erstmal nicht nach München ziehen. Gib mir ein bisschen schönes Tempo. 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 Das neue deutsche Nuts-Magazin. Hass und Liebe, Stimmung und Drang, Angst und Lust. I love Tempo. 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 Tempo.